Hallo und willkommen. Immer häufiger greifen Frauen und auch Männer zu Marken, welche ausschließlich Naturkosmetikartikel herstellen. Denn diese verwenden Öle und Fette und verzichten voll und ganz auf Tierversuche, Silikone und Paraffine. Solche Aussagen vermitteln uns gesundheits- und umweltbewusstes Verbrauchen und somit auch ein gutes Gefühl. Eine der bekanntesten Naturkosmetikherstellern ist Veleda. Veleda-Produkte sind zertifizierte Naturkosmetikprodukte und tragen sogar das Natur-Siegel. Denn auch Veleda möchte die Kunden besonders zur Weihnachtszeit mit einem Adventskalender begeistern und diese zum Kauf anregen. Die Links zu den im Video beschriebenen Produkten findest du unten in der Infobox. Zu Beginn sollte geklärt sein, wo eigentlich die Unterschiede zwischen zertifizierter Naturkosmetik und konventioneller Kosmetik liegt. Konventionelle Kosmetik verwendet hauptsächlich synthetische Inhaltsstoffe, was bedeutet, dass diese sehr viel Chemie beinhalten. Die Inhaltsstoffe sind oft fraglich, von dem Kosmetikgesetz her aber erlaubt. Das hat zur Folge, dass die Haut sich nicht selbst regulieren kann und die Poren sich sehr schnell verstopfen. Naturkosmetik hingegen zieht natürliche Inhaltsstoffe vor und meidet bedenkliche Inhaltsstoffe. Der Anbau der Rohstoffe geht einer strengen Regelung nach und die qualitative Hochwertigkeit hat höchste Priorität. Das führt dazu, dass die Haut gestärkt ist und frei von jeglicher Verschmutzung bleibt. Bei dm erhält man den Adventskalender von Veleda bereits ab ca. 35 Euro. Der Kalender ist 24 Tage voll mit Naturkosmetikprodukten befüllt, welche für die Gesichts- oder Körperpflege verwendet werden können. In dem Kalender findet man beispielsweise eine Granatapfel-Schönheitsdusche, eine Mandel-Sensitive-Pflegedusche, ein Man-Aktiv-Duschgel, eine Sandom-Vitalisierungsdusche oder eine Wildrose-Verwinnungsdusche. 21 Produkte des Adventskalenders bestehen aus Reisegrößen, welche sich sehr gut für die Handtasche oder für den Koffer eignen. Drei weitere Produkte sind allerdings in Originalgröße enthalten. Natürlich gibt es noch weitere Naturkosmetik-Marken wie Alverde oder Dr. Hauschka. Diese bieten ebenso unterschiedliche Adventskalender an. Der Kalender von Dr. Hauschka enthält neben 23 Probiergrößen und einem besonderen Extra auch noch ein exquisites Highlight und zwar die Dr. Hauschka Rosen-Tagescreme. Der insgesamte Warenwert beträgt über 100 Euro. In dem Kalender sind beispielsweise eine Quitten-Tagescreme, eine Augencreme, eine Körpermilch, eine beruhigende Maske oder Pflegeöl enthalten. Der Naturkosmetik-Adventskalender von Alverde überzeugt mit 24 Pflegeprodukten für das Gesicht, den Körper und die Haare. Der Kalender ist online sowie im Drogeriemarkt erhältlich. In dem Kalender befinden sich unter anderem eine Bio-Minzen-Pflegedusche, ein Nutri-Care-Shampoo, eine Nutri-Care-Spülung, eine feuchtigkeitsspendende Maske und eine Jojoba-Soft-Creme. Wenn du magst, kannst du einen Naturkosmetik-Adventskalender auch ganz einfach selbst basteln. Hierfür brauchst du einfach nur Tüten, Produkte und gegebenenfalls Sticker, um das Ganze zu dekorieren. Um die Tüten zu befüllen, kann man die unterschiedlichsten Naturkosmetik-Artikel kaufen. Hier gibt es Marken wie Alverde, Lavera und natürlich Valeda. In die Tüten kannst du ebenso noch einen kleinen Zettel beilegen und darauf notieren, wofür diese Produkte besonders gut sind. Die Tüten kannst du dann mit einem Sticker zukleben und mit Zahlen von 1 bis 24 beschriften. Anschließend kannst du die fertigen Tüten einfach in eine Kiste einsortieren. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen! Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir dieser gefällt, kannst du uns gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo unterstützen.